Ja, ich glaube, dass es ein intensives Spiel war, wobei wir in der ersten Halbzeit nicht ganz das gespielt haben, was ich mir vorgestellt hätte, aber wir waren dann in der zweiten Halbzeit besser im Spiel drin und es wird wichtig sein, natürlich im Rückspiel auch gut zu stehen, Räume gut zuzumachen und nach vorne zu Hause natürlich auch was zu rischen. dass wir uns schlussendlich auch Tore erzielen können. Wir haben die erste Frage. Wir haben die erste Frage. Und die Frage, der Herr die Vielen Dank. 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 One or two last question. As we don't have, thank you, everyone. Thank you. Thank you.